Ich komme hier ganz aus der Nähe und habe mich einfach so ein bisschen umgeschaut, was gibt es an Möglichkeiten, habe mich mit verschiedenen Hochschulen und auch mit verschiedenen Universitäten auseinandergesetzt und fand letztendlich die Ostfalia hier als Campus auch relativ entspannt und schön gelegen. Meine Erwartungen sind, dass ich mehr in den Medienbereich eintauche und da viel Erfahrung sammeln kann. Dass man auch recht viel rauskommt und dass er abwechslungsreich ist. Dass ich so ein bisschen meiner Kreativität einfach so freien Lauf lassen kann. Wir haben heute alle, die bei uns offiziell heute anfangen zu studieren, sei es ein Bachelor, ein Master, erstmal alle gemeinsam eingeladen, hier im Audimax mit uns uns kennen zu lernen, uns auszutauschen. Ich glaube, es ist auch das Wesen von Hochschule. Hochschule ist ein Ort der Kommunikation, des Austausches, des Zusammenkommens und ich glaube, das können wir jetzt wieder erfüllen und das war heute ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wir bitten Sie tatsächlich, engagieren Sie sich. Das Schlimmste, was uns und vor allem Ihnen passieren kann, ist, wenn Sie sich der Passivität hingeben. Das ist wirklich eine großartige Erfolgsgeschichte, die wir hier haben mit der Ostfagier, mit der Karl-Schafenberg-Fakultät und wir würden Sie noch gerne ein bisschen mehr an uns binden, hier in Salzgitter. Da müssen wir noch ein bisschen was tun, aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, dass man sich hier auch noch besser wohlfühlen kann in Salzgitter und die Studierenden auch eventuell bleiben nach ihrem Studium. نا mehr im Bild und die Studierenden auch, Vielen Dank.